Guck mal jetzt, L3, R3, Flanke, kannst du die Spieler einfach in der Mitte lenken, ne? Oh mein Gott, Cook stream! Cook stream, it is annoying! Cook stream, it is annoying! Bullies, ey! Oh mein Gott! Goll! Of course, was the most exciting part for me, as a guy who has worked in networking with 25 plus years, Oh fuck, wow Gott, ich hab gescapt! Mann! Oh! 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 Jux! Ja? Jux! Was heißt du? Jux! Was? Ah! Ah! Hast du? Richtig wohl? Jux! Äh! Jux! Wie er aussieht! Ich krieg grad deinen Stream! Jux! Du siehst einfach Shami! Dicke, ich hab Workouts geskippt! Ich krieg den... Oh mein Gott! Ja, da ist auch CR7 so krank, ne? Oh mein Gott! Sieg ein Tor! Oh! Ah! Oh-oh! That positioning of me! What? Go! 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 Oh mein Gott! Can we press the shooting button? Yes, of course! Okay! Hey! Walk-out! Ja! Ich hab's gesehen, die Lampe! Stark! Holland! Van Dijk! Van Dijk! 1-0! Ja! Nein! Van Dijk gezogen! Oha! Szene geht weiter! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel! Ey! Ey! Kann das bitte jemand klippen? Die Einzigen, die über Menschen leiten, leiten sie uns eigentlich der Sturm. Hä? Das Mittel fällt eigentlich auch. Hä? Wird der zum Münzen schieben, oder was? Diese scheiß Displays, Decker, dass die runterfallen. Ich hab mich erschreckt, Junge. Ich dachte, mein Leben sieht an mir vorbei. Schon wieder runtergefallen, Decker. Displays, Junge. Ultimativ ist... Das ist sehr, sehr, sehr schwitzig, als wenn du um Elite spielen würdest. Und so... What the fuck macht Buffon? Davon erstmal einen Clip, bitte. Es kommt so in FIFA-Deutschen dreien. Jungs, bitte clipp das mal. Lel? Warum macht mein Torwart einen Fallrückzieher ins Aus? Guck ihn dir an. Guck dir den Dödel an. Ich hab... Achso, wir haben noch den Ball. Lol. Wir halten uns fast da so wie ein Dödel. Oh! Du bist der Aundruck zurück. Scheiße! Ja, Wokok. Komm, bitte. Komm, bitte. Zon! Zon! Ja! Digga, Zon! Bam, Junge! Ja, Digga! Geil! Bam! Der Packlerkönig! Oh, 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 oh! Bruder! Hör doch auf! Hör doch auf, malder! Ich glaub, wieder eine noch vorbeigegrättsch disss. Ach komm, Digga. Ich glaub wir müssen mal wieder ein FIFA-Deutschland- 1959-Coneback bringen, wenns die wieder so weiter weiter geht man oha fernandes alter hat er nichts gemacht fernandes 1 oh 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 ah Das ist glatt! Das ist... Was? 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 Digga, der war doch drin! Gute Nacht, Brudis! Gute Nacht! Was habe ich mit dem gemacht? Da! Oh mein Gott, das Wort... Oh mein Gott, ich wollte dir einfach ein Wort zeigen! Gute Nacht! 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 Ohohohoho! Gefickt! Ohohohoho! Ohohohoho! Ohohohohoho! Gefickt! Gute Nacht! Ohohohohoho! Gigi an Daniel, du hast es gekalt! Du hast es gekalt! Er soll gerne nochmal! Ohohohoho! Ja, bist du jetzt gut, oder was? Wenn du so einen perfekten Trick machst mit Neymar? Bist du jetzt gut? Jetzt! Applaus! Applaus für ihn! Pfff! 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 Gott, man! Ist der eigentlich noch nicht wach? Der ist noch nicht wach, ne? Der ist noch nicht wach! Ohohohohohohohohoho! Oh Gott! Ich war dich gerade aufwägen, ich wusste nicht, ob du schon wach bist! Wo kommt er denn jetzt her? Oh mein Gott, hab ich mich versteckt, dass er auf einmal da stand! Wie? Wann kam der denn da rein jetzt? Ich hab extra Pause gemacht, süß, ne? Kastos, wie geht's dir, du alter Himmelhund? Der geht weiter. Robben, kennst du den? Arne! Ist das doch Arne, dein Gute? Arne, Robben, oder nicht? Der heißt Arjen. Oh mein Gott, ich kann das. Das ist aber egal. Keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Vom Fußball. Arne, altes HS. Ich weiß nie wieder. Jumbapir auf jeden Fall bester Goldspieler. Ohne Witz macht man einen Clip davon. Ich calle das, also ich vermute einfach mal, dass Mbappé der beste Goldspieler ist in FIFA 21 und teurer wird als GoldCR7 noch. EA Sports, was das für ne dumme Animation. Er spielt den Pass und wirklich, die heben die Hände, bleiben beide stehen anstatt weiter zu spielen. Oh, ist doch kein Abseits. Was ist das für ne dumme Animation, dann spiel doch verfickt nochmal weiter. WTF? Hier, bleibt stehen, Bruder! Ne, ist kein Abseits. Mbappé hebt auch seinen Arm auf, der gerade das Abseits aufgehoben hat. Also, sorry, wie lost. Wie lost. Ja, Bro, die haben auch ab und zu Loyalität. Ey, der Walkout! Wer ist es? Wer ist es? Messi! 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 Nein! 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 Nein!